Dein Verstand wird wie Glas zersplittern! Sie sind in der Zeit, um zu schaden, um zu schaden, um zu schaden. Die Hände, um sich zu schaden, um sich zu schaden. Ich seh dich, Batman! Hat jemand die Fledermaus gesehen? Los, jemand wollte doch gesehen haben, wo er hin ist. Ein guter, ein frissender Mann, der einer nur ansteckt, der aus dem Schatten hervorsteht. Los, los, gehen, kann den Kopf abreißen. Ist jemand? Nein? Ha, 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 gut. Versuch an mir vorbeizukommen und du wirst gegrillt! Oh, da bist du ja. Ich habe auf dich gewartet und habe zugehört, wie Sass die gute Frau Dr. Schein ließ, während du dich in Scarecrow's Welt vergnügt hast. Wie war es diesmal? Hast du was über dich selbst gelernt? Sag's mir! Schnapp dir ein Sessel und rede mit mir! Ich bin ganz ohr! Das erinnert mich an was. Ich könnte schwören, ich hätte gehört, wie Sass ihr die Ohren abgeschnitten hat. Klang jedenfalls so. Hör wo du bist, Batman! Und hör mir genau zu! Hilf mir! Hilf mir! Warum hilf mir! Keiner! Wenn du doch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Ich weiß, du bist doch das... Du Monster! Du gemeines, fieses, fieses Monster! Er geht nirgendwo hin. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe Bane gesehen. Ich weiß, ich... Joker hat mich bedroht. Ich wollte das Experiment beenden. Ich hab versucht, ihm das Geld zurückzugeben. Joker akzeptiert ein Nein nicht als Antwort. Er will eine Armee, eine schreckliche perverse Kraft, um Gotham zu zerstören. Aber er konnte das nicht ohne die Formel. Ich hab sie versteckt, aber... Jetzt hat er also das Venom und die Formel. Mein Gott, er hat Literweise davon. Es gibt ein verstecktes Labor in den Gärten. Es ist abgeschlossen, aber die Sicherheitscodes für die ganze Insel sind im Safe des Anstaltsleiters. Was plant Joker noch? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, dass alles, was er sagt, einen Sinn ergibt? Ich glaube, er ist für... Oh mein Gott! Arme Dr. Young! Man weiß ja, wie sehr Mr. J. Verräter hasst! Apropos Verräter! Hilfe! Hilfe, der Geiler! Dieser alte Verrückte denkt, er ist der Chef hier. Das zum Thema verrückt. Los, Batman! Es gibt viel zu tun und viele einzubuchten. Jungs! Wenn er aufsteht, dann schlagt ihn nieder. Aber nicht zu hart. Mr. J. braucht ihn auf der Party. Das wird wehtun. Nicht gewastern, Mann! Was hat mich getrunken? Oregon. Dr. Young ist tot. Hast du rausbekommen, wie wir an den Sicherheitstoren vorbeikommen? Bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, dass sich irgendwo in den Gärten eine verborgene Produktionsstätte befindet. Die Wayne Tech-Sicherheitsprotokolle scheinen gut vor Hackern geschützt zu sein. Lucius hat gut gearbeitet. Es ist eine zweiteilige biometrische Sequenz, die vom Anstaltsleiter mithilfe eines Code-Sequenzers hergestellt wurde. Und von Joker in einer kontrollierten Explosion zerstört wurde. Harley Quinn hat den Anstaltsleiter und er ist die einzige Chance, durch die Tore zu kommen. Okay, viel Glück. Okay, viel Glück. Ich Enough. Ich bin natürlich. Ich bin echt, ich bin schon an der Tore. Die Tore zu kommen. Ich bin auch hier in der Tore. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Ich bin sehr, ich bin ganz klar. Ich bin einiger Spanierger. Wie mit dieser Tore zu erscheinen. Du bist cornerst du esse? Ich bin sehr, die meisten. Ich bin sehr, es bemerkbar. Ich bin sehr, dass du nicht auf ... da ist. Gibt's eine Spur von ihm? Hey, was machst du? Da versuchst du dich happy zu machen. Ruhe dahinten! Wir sind im Tunnel und warten auf die Federmaus. Quinn liebt gerade vorbei. Wieso war der alte Mann bei dir? Vielleicht steht sie auf der Ältere. Hör auf zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhige mich! Sag ihm, er soll still sein, so... Ja, ja, du weißt, wo den ich findest, später. Das ist wie so, dass du... 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 Hey, Benz, kommst du auch auf die Party, oder was? Ja. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Joker hat seine Freundin geschickt, um uns zu sagen, dass...